Jetzt bin ich hier gefahren! Hilfe! Hilfe! Held, perversen Knechter! Herzlich willkommen zu Minecraft-Organ Edition Medi-MyCraft! Ich war gestern... ...wo ich aufgehört mit der Aufnahme, so vormittags, so 1 Uhr morgens... ...waren wir alle so im Leiden, so am Quatschen, ne... ...und da war auch so ein Typ, Philz Farben haben wir auch, ne... ...der war auch online... ...ja, wir sind ein bisschen in die Arena gegangen, haben gekämpft, viele haben gescheatet... ...ja, da hatte Benno, äh, keinen Bock mehr... ...ist dann rausgegangen... ...und dann... ...wollte ich nicht mehr kämpfen, aber da ist der Armut gelaufen, ja... ...und dann hat er mich einfach gekillt... ...jetzt ist mein Level weg... ...und was machen wir heute? Ja, es wird eine Folge sein, wo wir jetzt jagen, um mein XP wieder herzustellen... ...oder besser gesagt... ...einfach Redstone Farben, dass wir auch wieder Level kriegen... ...weil ich will meine Diamanten verzaubern, hier... ...oh, falsche Kiste... ...hapla... ...da, die zwei... ...ich hatte gestern 14 Diamanten, jetzt habe ich noch einen übrig, ich habe noch ein Schwert gekraftet und so... ...ja, und... ...äh, ich hatte schon einen Huhn, ein Schwe... ...ne, ein Schwein nicht, ein Schaf und ein Schaf und ein Huhn... ...vier Stück gekillt und jetzt habe ich noch kein Level... ...pennen wäre jetzt schlimm, weil... ...keiner geht pennen... ...hihihi... ...hihihi... ...ölf... ...darf ich runter? Nein! Hey! Ich wollte dich nicht! So, Leute! Merkt euch! Wenn ihr euch fertig haben wollt, geht einfach drauf und er... ...also tut so, er wollte ihn nicht haben... ...und dann... ...sofort... ...ihr habt ihn getaped! Alter, ich wollte dich nicht tamen! Mann! Ich wollte nur zeigen, wie viel Herzen du hast! Mann! Ich kille ja baulich! Mann! Mann! Werd er wachsen, Mann! Dann kann ich eigentlich mal deinen Vater oder deine Mutter umbringen! Deine Mutter, ja! Dann kann ich deine Mutter umbringen! Ich brauche Levels! Ah, scheiße! Äh, ich hab keine Art... Ich... ...ich geh keine Tiere jagen! Ich geh in der Hölle, wo ich da viel, 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 viel... ...viele Diamanten gefunden habe! Und das glaub ich es nicht! Alter, ich hab drei Stacks, glaub ich schon! Hab ich eine Spitzhacke? Wow, Alter! Fast kaputt! Haha! Muss ich damit auskommen! Wenn ich, äh, Eisen finden würde, dann... Ich hab kein Holz! Warte! Davor geh ich erstmal Holz holen! Dass ich, äh, runter geh! Weil halt... Ich brauch Sticks und, äh... ...wack... 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 Alter, ich will hier hoch! Das ist echt so kacke, ne? So kacke wie dein Mühl! Hehe! Hehe! Hier hauen wir das Holz ab! Hab gar nicht gewusst, dass, äh, bei True Clash auch, äh... ...hundert Abonnenten dabei sein dürfen! Ich bin garantiert sicher, dass ich auch beim nächsten, äh, True Clash, äh, 4 dabei bin! Ja? Weil, man kann meinen Humor ruhig mitnehmen in True Clash! Und mein Skin! Weil mein Skin würde da richtig übelst geil aussehen! Bitte! So, jetzt hauen wir ein paar Kohle ab! Nein, kein Bogen! Ein bisschen Kohle! Alter, wollt ihr mich kacken, ey? Was ist das für ein Deutsch, ey? Aber ich habe jetzt... ...hört auf zu schreiben! Ich will auch nicht ausblenden, bevor die mich noch was fragen! Was soll die mich schon fragen? Herzigkomm... Herzigkomm! Oh, nein! Herzigkomm, zu! Aaaaaaaaah! Lass uns die mal schreiben! Ich hatte gerade nen Crash gehabt, das Server war gerade down! Gehen wir einfach weiterfahren und ignorieren wir mal den Chat, alter! Ich fruhe... Aaaaaaaaah! Bitte, darfst du schreiben? Kann man das irgendwie deaktivieren? das versorgt mein ganzes let's play mann ja geil komm doch rüber ey ich will doch mal abbrechen mann ich komm ich werde ich so ich hab die bilderrechte ausgeschaltet natürlich habe ich dann das auch es gibt ne so jetzt gehen wir mal ein paar Kohle holen ich kann auch Kohle gut vertragen jetzt weil ich hab keine Kohle zuhause nur Holzkohle ja Leine mhm nur die E und die E vertauschen bitte oder die E ganz nach hinten so ein Level haben wir jetzt geschafft ja oh Gott nicht diese Toil ähhh iLevel 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 ich hoffe ich hoffe jetzt bin ich gleich 2 Level ich brauch irgendwo insgesamt 5 Levels oder so Der Titel wird XP-Farm. Ich hoffe, ich kann auch Rützstumpf finden. So, jetzt brauche ich erstmal jetzt brauche ich meinen Backbank. Ja, ich kann auch einen Steinakt machen. Oh, Verlauf. Dann bin ich mal auf den Falschhaus gegangen. Hä? Hä? Achso. Hier muss ich durch. Alter, Pfarrer. Alter, Pfarrer. Alter, Pfarrer. Hey, da war ich noch nicht. Gibt es hier Diamanten? Diamanten! Aua. So eine Kacke! So, der erste tue ich erstmal das da und passt nichts von. So, ich brauche nur ganz bisschen. Nur ganz bisschen. Zack. Sind ja auch keine Monster eingeschaltet, ne? Hoffentlich, ne? Oh, was haben die? Blaue, ich bin bei deiner Stadt. Okay. Danke. Ja, meine Stadt heißt Wald der Waisen, Leute. Ja. Ich habe auch ein Gebiet, ihr wisst das eigentlich schon, ihr guckt doch meine Videos. Hä? Habe ich das da hingelegt? Boah, ich habe voll das geile Erinnerungsverwirknis. Ey, das hat man sich erkundet. Gibt es hier jemanden? Also, wenn ich weiter runtergehe? Eigentlich ja, ne? Eigentlich ja, ne? Hey! Warte mal. Ich kenne dieses Ort hier. Ich kenne das! Und das ist nicht gut! Okay, das ist Eisen. Und das gibt aber kein Level, oder? Jetzt klingt das kaputt, ne? Nein. Gott sei Dank, Yoga! Wow! Wow, Alter! Wow! Jetzt ist es kaputt, ey! Das ist kacke! Kacke, kacke, kacke! Warte mal! Warte mal! Scheiße ist das jetzt, ne? Ja? Scheiße in den Mund! Scheiße in den Mund! Scheiße in den Mund! Perfekt! Ja, jetzt kann ich das nicht fangen. Geil. Geil, geil, geil. Ach, hier ist auch noch wild. Dann baue ich mich nach von. Ich hoffe, da kommt keine Lava runtergeflossen. Gefl... Gefl... Einfach runtergeflossen. Wollen wir das mal so sagen? Dann hauen wir nochmal das hier kaputt! Dann haben wir einen Steinachst. Knechte. Hoffentlich. Haferlösch! Brauchen wir gar nicht. Wir brauchen nur einen Drecksofen. Ja. Ein Drecksofen. Oh, da ist Obsidian. Leider habe ich keinen Diamantenachst bei. Ähm... Ich hätte mich gerne behinderten, weil... Wahrscheinlich brauche ich auch ein bisschen ein Steinachst, um die Eisen abzubauen überhaupt. Ich bin so geil, ey. Geh jetzt die Steinachst, Mann. Äh, Stein, Herr und Sachs. Komm mal, ich bin schon... Halli, Halli, hier oder... Äh, hi. Ich bin hi. Hä? Äh... Äh... Warte. Ja, hab gewusst, Digga. Oh. Oder auch nicht. Aber ich brauche nur drei Eisen, das war's. Ich habe keinen Bock, Eisen zu fahren jetzt, weil... Das ist aber unendlich. Alter. Dann schweiß ich mal kurz... Äh, den Steinachst nicht, aber den Holzachst. So, hier kannst du runtergehen. Alter... Fahr da. Junge, ist das dein Ernst? Ich habe mein Eich... Ich habe mich schon... Stattungsdecke geschwissen, Alter, das kann nicht sein. Das werde ich hier erfahren. Hilfe. Hilfe. Aua. Wieso sag ich Aua? Oh, Mann, ich bin schon da, wenn... So, jetzt kommen wir mal. Äh, Eisenachs. Jetzt kann ich wieder... Redstone Farm. Ey, das ist cool, Leute. Ach, guck mal, hier bin ich runterge... Äh, hier war auch jemand unter mir. Nie war zu doof, ohne hinzugucken. Scheiße. Ich habe kein... Doch, Rüstung habe ich jetzt an. Jetzt kann ich ruhig in der Lava schwimmen. Ich frage mich nicht, wieso. Bitte. Ich frage mich nicht so, wieso. So, ich brauche den Redstone, weil... Ja, wieso, weil... Ja, weil... Weil... Einfach so halt. Oh, jetzt bin ich sicher. Sicher ist sicher. Sag mal das so. Frag mich nicht, das hat die Professor, ich nicht. Ich bin nur ein Gott, Alter. Selbst der Gott hat nicht viel auf dem Gurt. Neu-Heiligen-Schein. Oder in so einem gelben Ring. Wow! Nein, ne? Hast du mal eine XP-Partikel aufgefressen, Lava? Weil ich brauche... Wow! Guck mal, da geht es auch noch. Nun trägt was. Ha! Geranimo! Sagt man das so, oder? Alter, ich bin gefangen. Aber... Ich habe nicht genügend... Ich wollte eigentlich sagen, ich habe genügend, aber... Ich habe nicht genügend XP. Darum gehen wir ein bisschen Kohle holen. Weil die... Der gibt mir keinen XP. Alter, was fällt dir ein? Das ist... Hose-Harrat! Oh-oh. Hat geschafft. He-he-he. Haha! Ganz einfach. Gar nicht. Ne, das ist einfach. Du musst ihn da hinschieben. Falls du es weißt. Ne? Kann ich dir den Kreativ-Modus zeigen mal? Wenn du mal mitkommst. Hi-hi-hi. Ah, ich bin Level 3. Ich fahre mal... Huuuah! Mama! Wo bin ich? Ach, da. Ach, da. Warte. Was hast du noch gefunden? Ne? So. Jetzt können wir hier hoch. Nein! Puh. Alter, ne? Ja, Alter, ne? Ja. Ah, meine Hand ist eingeschlafen. Ist das gut? Ey, die Folge ist schon wieder auf Länge gezogen. Ja, jetzt kommt hoch, Alter. Ich bin jetzt Level 3 und finito. Mann, lass mich hoch. Wollt schon gerade hier böse werden. Ja, böse. Böse ist das neue Wort für böse. Merkt das euch. Wer ja nicht... Wenn ihr in den Kommentaren böse schreibt, ne? Melde ich euch, Alter. Das könnt ihr euch genau... ...inter die Ahren schreiben. Ehrlich. Ich melde euch, wenn ihr nicht böse schreibt. Ehrlich. Es ist ein Prank, Bruder! Es ist ein Prank! Neu ist ein Prank! Neu ist ein Prank! Ich weiß. Ein nicer Prank, ne? Ich glaube, ihr wisst, wieso, wie sich dieses Gegen genommen ab... ...wann ich will, ich will mit mir selbst reden. Und wo bin ich jetzt schon wieder? Wo bin ich? Ey, das kann nicht sein! Hey, jetzt werden wir wirklich. Jetzt werden wir wirklich, Joga! Ich bin gerade verreckt, deswegen. Hä? What's going on, Alter? What's going on? Warte mal. Hab ich dir keine Fackel dahin gelegt? Weil, wenn nicht, dann bin ich richtig dumm am Arsch! Ja, das hasse ich am... Ich hab einfach noch stehen, ich stehe, ich stehe Kopf an. Ja, ja. Ja, geil! Ja, geil! Ich will XP! Ich will XP! Ich will XP! 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 Es ist jetzt wieder mein Freund, Jo! Oh! 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 Wo bin ich? Guck, guck! Hä? Ha! Ey, jetzt aber wirklich, ey, wo bin ich? Ey, du Kalakke! Ne, 12 war wirklich, ach, cool, da aus, nice! Ey, das ist, das ist, das ist, das ist nice! Wissenschaftlich bewiesen ist das, äh, nice. Ja, ich geh aber wieder weg. Wissenschaftlich bewiesen ist das echt? Neun! Neun! Alter, Lutschi, Lutsch, Lutsch! Alter! Wo bin ich hingelaufen? Ich bin ja laufen. Weißt du was? Ich geh wieder da zurück, wo ich kam. Alter! Ja, das ist das Beste, was ich tun kann. Hä? Hä? Alter. Nee, ne? Achso. Geh mir mal hier hoch, 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 hoch. Nehmt mich, Skiller, ja? Nehmt mich, Skiller, bitte. Ich bin ein Skiller, versteht das bitte. Spreng doch! Siehst du? Ich bin ein Skiller, Leute. Das müsst ihr... Wollt ihr das von mir lernen? Ich bin der Meister Pro in Skill. Hm. Ja! Ne, das mach ich jetzt so kaputt. Weil ich nichts aufheben will. Danke. Geil, jetzt muss ich das hier aufheben. Und jetzt kann ich weg. Hoffentlich. Bitte lass mich gehen. Bitte sei das der Ausgang. Warte mal. Ich hab was gehört. Ey, haut ihr bei mir Fensters kaputt? Ey, jetzt mal wirklich, ne? Lass das. Ich hab ein Fenster kaputt haben gehört. Habt ihr das auch nicht gehört? Ne, habt ihr nicht gehört. Alter, dieses Video wird auf Länge gezogen. Bitte lass mich gehen. Bitte lass mich gehen. Wo bin ich auch? Wo bin ich auch? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich auch? Alter, wo bin ich? Gefangen in der Höhle. Wo komm ich raus? Ah, ich weiß, wo ich bin. Nicht. Oh, Alter. Nein. Mann, Mann. Alter, ich muss auf den Klo. Lass mich jetzt gehen. Also, auch in Real life, ne? Aber auch im Spiel. Ich hab auch ein Klo in mein Haus. Äh, in Turb. Ja, hier geht's nach draußen. Ja. Einen da weiter, ne? Ja, hier geht's nach draußen. Oh, mein Arsch lucht. Nein. Nein. Drücken. So. Oh, ich lauf gegen die Wand. Das ist sehr oppressive. Hey, hey. Ah, spring jetzt. Hey, das Licht. Okay, ich war schon in die Höhle hell, aber... Natürlich ist Licht. Okay, da war auch bei natürlich. Sonnlicht. Ja, das ergibt sich. Das kann ich zuhause sagen, kann ich in Schafmein, in Schiebmein. Oh, ich lass das glatt mit... Oh ja, und noch eine traurige Nachricht, Leute. Ich hab Patsy verloren. Wo ich einen Crash hatte, ist sie weggepackt. Deine Schwester ist weg. Ich hab' nicht das gemacht, den Beine. Ist du froh? Okay, der... Die Rücken... Du bist auf jeden Fall traurig, ne? Ja, bist du. Oh, ist ja cool. Also, ich lach' auch wie ein Opfer, ne? Alter. Mein Fettfinger ist immer im Weg, weißt du? Nice. Nice, nice. Boah. Alter, das Video wird wieder in die Länge gezogen. Das ist wieder richtig, 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 nice. Ja, ja, kriegst du mein Stock. Ha, mein Koch, alter. Grüß Gott, die Knechte und die Kräfte, also, ich bin Koch. Ich bin Koch, yeah. All das war wirklich, ne? Wo kann ich in Lager auch so da? Fleisch. Nein, nicht heute. Fleisch. Feder, 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 Fleisch, 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 Fleisch. Eier. Eier gehört auch dazu, hör. Oh, ich liebe Blöcke. Ja, ich liebe Blöcke. Und hier die Werkzeuge. Danke. Darf ich hoch? Mann, das Video ist für deine Länge zuge, als ab. Das? Könnt ihr mich in die... Könnt ihr mich hören? Aber jetzt kann ich das entschicken. Alter. Gebt mir ein paar Koks, alter. So. Wow. Nein, nein. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ach, egal. Ich war einfach hier. Schutz, ne? Feder. Federvoll. Hallo? Ach, sechs Stück. Höchstück. Ah. Ah. So Müll. Ne, das ist das behauptet, das behauptet. Ja. Das war das? Jetzt können wir das behaupten. Und einfach das. gehe ich noch ein bisschen offscreen auf diesen farben dass ihr federfall kriegen kann auf jeden fall weil ich koste das jetzt also ich gebe das jetzt nicht aus für wegen dieses video oder die noch mal fahren das tue ich auch nicht so okay das war's mit der folge lasst gerne bewertung da und wir sehen uns in der nächsten folge zu minecraft mit dem wahlkraft immer kacke